Willkommen Leute, euer Gonzo hier. Heute ohne Greenscreen, aus einer geheimen Location, dafür darf ich aber meinen Zelda-Pullover anziehen, den ich normalerweise nicht trage, weil das Grün natürlich verschwinden würde hinterm grünen Bildschirm, könnt ihr euch denken. Also hier, guck mal, ich habe den alten Grün mal wieder ausgepackt. Sehr schön, habe ich sonst nie die Gelegenheit, den anzuziehen. Ich habe vor, am Montag, dem Feiertag, also morgen, wenn ich es jetzt noch schaffe, ganz schnell dieses Video hochzuladen, einen Livestream zu machen. Ich kann mich noch nicht entscheiden, ob es ein PS5-Spiel wird oder ob ich ein Emulator-Spiel spiele, Terranigma zum Beispiel. Ich könnte ja nochmal Terranigma anfangen. So, das wäre doch eine schöne Idee. Damit habe ich ja aufgehört, oder beziehungsweise ich habe gerade erst angefangen damit und habe diesen Stream gemacht und dann kam die Flutkatastrophe und das war's. Und das war das letzte, was ihr wahrscheinlich von mir gesehen habt, an Livestream mit Spiel und sowas. Und jetzt ist es wieder möglich. Ich habe hier an dieser geheimen Location, denn mein teures Zeug steht gerade nicht im Haus. Also ich bin gerade nicht im Haus. Ihr braucht da nicht hinzugehen und zu Brandschatzen. Das teure Zeug liegt gerade nicht da. So, es ist hier, in diesem geheimen Ort, den ihr nicht erkennt, weil draußen ist Licht und Gegenlicht und dann sieht die Kamera überhaupt gar nichts. Und ihr seht nicht, was draußen ist. Nehme ich mal stark an. So, könntet ihr, ich glaube, es ist der Himmel draußen. Den seht ihr nicht. Ihr könnt mich nicht lokalisieren. Ähm, das soll ich überraschen. Ich weiß es selber noch nicht, dass es hier alles schnell zusammengeschustert hat. Ich hatte eine Idee in meinem Kopf, wie es aussehen könnte. Es ist nicht ganz perfekt geworden. Mal wieder habe ich mir irgendwas in den Weg gestellt. Wahrscheinlich müsste ich es ein bisschen anwinkeln. Den Greenscreen werde ich noch aufstellen, dann ist dann hier hinter mir nichts mehr zu sehen. Ich muss dann warten, bis die Dämmerung einsetzt, weil ich habe hier keine Rollladen. Das heißt, es muss von draußen kein Licht vom Green kommen. Und deswegen lohnt es sich auch nicht, den jetzt aufzustellen. Die Fenster würden durchscheinen und dann würdet ihr sowieso Licht von hinten sehen. Das wäre ganz schlecht. So, ich sehe, mein Gesicht wird schattig. Ich muss, das Mikrofon steht auch schlecht. Es steht immer alles schlecht. Ich kriege nie irgendwas ordentlich hingestellt. Also, einen Livestream wird es erstmal geben. Das hier wird nicht hier, ich werde hier nicht regulär rumsitzen und Livestreamen. Das geht gar nicht. Ich kann nicht einfach mal mich hinsetzen und einfach Livestreamen in der Katastrophe. Es ist noch nicht vorbei. Es ist noch viel zu tun. Es ist viel zu arbeiten. Und ich kann nicht einfach hier den Raum besetzen. Lebensraum ist knapp. Ich kann den nicht auf unbestimmte Zeit einfach besetzen und hier Livestreamen. Es wird nochmal einen anderen Stream geben und dann hoffentlich endlich mal vom Haus aus. So, ich habe ja provisorisches Internet. Das funktioniert soweit. Aber erstmal den einen Livestream. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ich hoffe, ich kann ein paar Fragen klären. Und hoffentlich schaut Anja zu. Bis dann. Bis Montag. Ich kenne die Uhrzeit noch nicht. Wenn es dämmert. Wenn es euch dämmert und mir dämmert. Ciao. Bye, bye. Euer Gonzo.